Hallo, ich möchte Ihnen kurz zeigen, wie Sie die Integration zwischen dem einfachen Hilfe- und Support-System HelpSpace und Ihrem Central Station CRM einrichten. Sie werden dafür in die HelpSpace Einstellung gehen müssen, um dort die Zugangsdaten für Ihr HelpSpace Konto zu finden bzw. hinterlegen zu können. Sie gehen dafür einfach auf die Einstellungen, dort auf Access Tokens und hier gibt es jetzt zwei Dinge, die wir gleich im Verlauf der Einrichtung brauchen werden. Zum einen diese Client ID, die identifiziert Ihr HelpSpace Konto eindeutig, die ist also unveränderlich und dann werden Sie gleich einen sogenannten Access Token erstellen müssen, mit dem Central Station dann auf Ihr HelpSpace Konto zugreifen kann. Dieser Access Token ersetzt im Prinzip die Kombination aus Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort, damit wir diese Daten eben nicht speichern müssen und dennoch auf die Tickets, die erstellt werden zum Beispiel, zugreifen können. Wir gehen aber mal kurz einmal rüber zu Central Station, damit Sie sich dort anschauen können, wo diese Daten denn überhaupt hin sollen. Um die Integration seitens Central Station CRM einrichten zu können, gehen Sie zum Beispiel einfach über die Daten importieren Ansicht auf dem Personenreiter und hier unten bei den Anbindungen zu anderen Diensten finden Sie dann auch unsere sonstigen Integrationen und dort wird eben unter anderem HelpSpace gelistet und Sie können die Integration hier einrichten. Da gehen wir mal drauf und hier werden auch schon genau die zwei Felder abgefragt, von denen ich eben schon gesprochen habe. Insofern ist es jetzt an der Zeit, einmal zur HelpSpace zu wechseln und diese zwei Dinge zu Central Station zu kopieren. Nehmen wir zum einen mal die Client-ID, das ist das, wie gesagt, Unveränderliche, was wir hier einfach rein speichern können und dann müssen wir ein Access Token anlegen. Das ist dann der Token, um die Verbindung zu autorisieren zu autorisieren. Dem geben Sie am besten irgendeinen bezeichnenden Namen, damit Sie nachher auch wissen, dass es um die Verbindung zu Central Station geht. Jetzt erstellen Sie diesen Token und kopieren sich den. Den werden Sie später hier bei HelpSpace und auch bei uns niemals mehr einsehen können. Das hat Sicherheitsgründe und ist aber auch genauso richtig. Müssen Sie aber in der Regel auch nicht. Also Sie müssen den Token nicht ändern bei uns und Sie können ihn natürlich jederzeit bei HelpSpace löschen. Sie können bei uns auch jederzeit die Integration beenden. Sie müssen sich diesen Token also jetzt nicht irgendwo hin speichern. Wenn, dann sollten Sie es natürlich in eine sehr sichere Stelle speichern im Passwort Manager und nicht an irgendwelchen anderen Stellen das aufbewahren. Sobald Sie diese beiden Sachen jetzt hier bei uns in Central Station eingetragen haben, können Sie die Integration abschließen und sehen, dass dann auch quittiert, sofern die Verbindung erfolgreich war. Und ab diesem Moment würden neue Tickets, die in HelpSpace ankommen, auch automatisch in Ihr Central Station gesynkt werden. Und zwar als Notizen im Prinzip. Also es sieht ähnlich aus wie eine E-Mail oder eine Notiz, die Sie schreiben und die wird dann unter dem Kunden, der dieses Ticket geschrieben hat, angelegt. Falls es den Kunden bereits gibt in Ihrem Central Station, dann würden wir den anhand der E-Mail-Adresse versuchen zu finden und dann eben keinen neuen Kunden anlegen. Gibt es den Kunden noch nicht, würden wir einen neuen Kunden anlegen. Viel Spaß mit der Integration. Und Ihnen noch einen schönen Tag.